Wir haben hier bei uns zwei Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich ist die klassische Lohnzersparnung. Einzel-Sonderteile, aber auch kleine Serien, bis zu drei, vier hundert Stück. Der zweite Geschäftsbereich ist der Maschinenbau. Hier bauen wir Robotsanlagen für die automatische Beschickung von CNC-Maschinen und seit einigen Jahren jetzt auch Komplettlösungen zusammen mit der Firma FANUC. Die Idee für die Automatisierungstechnik, die kam uns im Jahr 2010. Einfach wirklich aus dem Eigenbedarf heraus. Am Markt gab es nach Recherchen nichts Vergleichbares. Daraufhin haben wir dann wirklich eine eigene Zelle gebaut. Es kam zwei Jahre später, kam einer zu uns und hat gesagt, ihm gefällt das Konzept, er möchte das auch haben. Der Vorteil von unseren Anlagen ist die Flexibilität. Ich kann zum einen Werkstückhandling betreiben, also Teile direkt in den Schraubstuhl einlegen. Dann kann ich natürlich Paletten handeln und aber auch das Werkzeugmagazin erweitern, also heißt Werkzeughandling mit der Maschine betreiben. Die RoboDrill an sich ist eine in Deutschland vor allem sehr unterschätzte Maschine. Wir haben hier am Standort zwei Stück bei uns in der eigenen Fertigung. Wir produzieren damit, wir testen das auch jeden Tag, reizen die Maschinen wirklich auch bis ans Limit, um wirklich zu sehen, was können die Maschinen. Und bisher haben sie uns noch nie enttäuscht. Unsere Effizienz, seitdem wir die FANUC RoboDrill bei uns selbst im Haus haben, ist deutlich gestiegen. Tagsüber werden die Maschinen gerüstet, wird programmiert. Nachts laufen die Maschinen wirklich mannlos. Zudem kommt noch die hohe Dynamik der Maschine durch. Die Geschwindigkeit sparen wir teilweise Zeiten um 30 Prozent. Wir sind in einem sehr guten Preissegment unterwegs mit der RoboDrill und bleiben so wettbewerbsfähig. So bleiben viele Teile, die erstmal einfacher scheinen, die vielleicht ins Ausland abwandeln würden, in Deutschland oder auch hier bei uns am Standort. Wir können die fertigen und sind natürlich zukunftsorientiert. Den Weg mit FANUC zu beschreiten, war auch die absolut richtige Entscheidung. In 15 Jahren hatten wir bisher noch keinen Servicefall. Also sehr, sehr zuverlässige Produkte, sehr, sehr zuverlässige Software, die da im Hintergrund läuft. Und lebenslange Servicegarantie ist einzigartig. Und so können wir sehr entspannt in Zukunft leben. Thank you. Vielen Dank.